Hallo Hanni, habt ihr gestern eine Party gemacht? War das gut auf der Party? Und alle hatten Spaß? Wie, es gibt was, das kannst du nicht laut sagen. Dann flüster mal. Hanni, flüster. Oh mein Gott. Wow, nee, wirklich? Ach, herrje. Aber schäm dich mal. Sowas macht man doch nicht. Also ehrlich. Nee, also da muss man sich ganz dolle für schämen. Ganz dolle schämen. Da gibt's auch keine Widerworte mehr. Nur noch schämen. Bitte? Ach so. Das war nur Spaß. Na dann, sag mal tschüss. Buh, 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 bau. Buh, 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 bau. Das war's für heute.